Die F-35 gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt. Auch Israel hat die Tarnkappenjets des US-Herstellers Lockheed Martin geordert und will bis Ende 2020 mehr als 50 Exemplare zur Verfügung haben. Nun hat die israelische Luftwaffe mitgeteilt, erstmals eine F-35 im Kampfeinsatz benutzt zu haben, ein Novum. Wir sind die ersten weltweit, die die F-35 im operativen Einsatz verwenden, teilten die israelischen Streitkräfte auf Twitter mit. Wo und wann genau die F-35 eingesetzt wurde, blieb zunächst unklar. Die in drei Versionen darunter auch als Senkrechtstarter gebaute F-35 ist das teuerste Waffensystem, das in den Vereinigten Staaten gebaut wird. Jedes Flugzeug kostet 100 Millionen Dollar.